oi 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 wir sind zurück wir sind zurück ich gehe mal ein bisschen missionen einsetzen uns belohnungen holen haben wir hier noch selber gut gut das schafft jedoch das schaffen die doch ihr habt es halt ariana alle belohnungen die credits sind nicht mal wert so niedrig okay okay heute machen wir charles mission heute machen wir die das sollte sich diesmal auf ja und da müssen wir zuerst video telefonieren mit diesem notruf hier so wie spielen sie das vollständige notsignal von pro dromos ab sofort hier spricht der initiative außenposten pro dromos auf eos wir brauchen unterstützung tempest diese nachricht ist für sie feinde nähern sich uns keine bodenaktivität aber das wird sich bald ändern haarf finder wir brauchen sie halten jetzt funkstille bis die situation geklärt ist wir geben nicht noch einmal auf ende ich könnte mehr informationen gebrauchen als feinde und die befürchtung einer eskalation vielleicht befürchtet er es könne sich um mehr als einen simplen angriff handeln wenn jemand das risiko eingeht pro dromos anzugreifen ihren ersten außenposten dann will er uns damit etwas sagen da ist ja militärisch das packen die leute schon nur dass ein scientifiker wer weiter rein starten war das die letzte nachricht sonst nichts nein aber auch kein alarm die orbitalbarke weist keinen nennenswerten signalverkehr auf bradley ist ein militär vorbereitung ist für ihn alles ich wette das ist ein bewusster spannungsabfall um weniger angriffsfläche zu bieten halten sie den nav aktuell ich komme in kürze auf die brücke verstanden joo schaut das cool aus boah verdammt schaut das spiel gut aus ich hoffe die kriegen das nächste mass effect spiel hin und verkacken es nicht aber ich habe keine großen hoffnungen habe ich nie wie soll es wenn man pessimist ist woher realist sei mir ehrlich ok sowie führe mich zu am geld nein sind jetzt im orbit von kadera wir müssen nach eos char ja das ist seine mission gleich skippen warum haben die auf mass effect gar ein remake gemacht und nur ein remaster verdammt die werden das wahrscheinlich erst in 15 jahren noch mal rematen dann haben sie etwas entdeckt irgendwas hat uns angepinkt eine id-anfrage die tempest hat eine automatische antwort gesendet interessant wir sollten uns in diesem sektor mal umsehen darauf beantworter sonde unterwegs ist das ein satellit hat er uns in diesem sektor angepinkt er sendet einen anfrage antwort code der initiative da kennt jemand unsere technologie in und auswendig führen wir einen scan durch das antriebssystem wurde überlastet allerdings nicht schnell genug ich habe eine sequenz registriert die einen alarm ausgelöst hat pathfinder wir sollen uns so schnell wie möglich bei direktor addison melden was ist los forschung starten anomalie geortet noch eine oh noch eine sonde gestartet was ist diesmal kettorbitalspeicher ach komm mach schneller das schaut feindlich aus unsere thurianische freundin auf eos hat gute instinkte sehen wir uns das mal an thurianische freundin auf eos anomalie auf den sensoren wie viele wie viele sonde unterwegs ich habe etwas gefunden noch einen kettorbitalspeicher na gottse dank sagt mir nicht dass es mehrere von denen gibt und ich 10 verschiedene scannen muss jetzt mögliche kettvorräte genau wie darkhet es vermutet hatte wer ist darkhet ok das waren die einzigen zwei ja ah dann muss ich mit addison reden denn ah mein lieblingsmensch addison wer sonst was soll ich jetzt nicht mit addison reden so rada erzählen sie mir von dem satelliten den sie entdeckt haben was wovon reden sie da direktor mein alarm hat einen zk ressourcentracker identifiziert diese tag steckt voller overrides um im notfall die protokolle umgehen zu können sie wurde von dr so so runden wieso können diese tracker die protokolle umgehen sie sollten als habs fungieren um schnell ressourcen aufspüren und anfordern zu können falls irgendwo leben auf dem schmief stehen deshalb kamen sie auch nie zum einsatz denn wollte nicht dass irgendetwas ohne seinen segen geschieht wenn dieser satellit neu ist wie konnte er dann unsere aktuellen sicherheitsprotokolle kennen das ist eine ausgesprochen gute frage welche funktion hatte dr kennedy in der initiative sie hat die orbitalsender die aufklärungsposten und die halbe ausstattung der tempest entwickelt sie war in der lage ein upgrade durchzuführen noch bevor die anforderung überhaupt auf den schreibtisch lag dass dr kennedy gemeinsam mit den exzellenten verschwand war für uns ein gewaltiger verlust ist es nicht etwas übertrieben einen persönlichen alarm einzurichten wieso haben sie das getan viele von dr kennedy's projekten waren inoffiziell aber sie haben sie gefördert wie beispielsweise diese tracker ja aber ich will nicht dass irgendein arschloch meine zugangscodes als hintertür zu unseren ressourcen nutzt oder dass mir tendy schuld dafür gibt außerdem will ich wissen was mit dr kennedy geschehen ist wo könnten wir anfangen nach der technologie oder dr kennedy zu suchen der erste tracker hat ihnen bereits einige daten geliefert durch weitere scans könnte suvi möglicherweise eine ursprungsposition ermitteln und wie es aussieht werden diese tracker in der nähe von technologischen ballungspunkten der initiative eingesetzt sprich von außenposten versuchen sie es also in einem anderen außenpostensystem vielleicht können sie sie ja so rauslocken wer auch immer sie sind und was machen wir wenn wir sie finden diese leute stehlen unsere ressourcen mein interesse gilt dr kennedy und ihrer technologie das leben der verantwortlichen steht für mich an letzter stelle wer hat er mich auch oh gott oh tschau noch immer nach pro modus reisen ok reisen wir einfach mal das war vielleicht etwas ganz anderes ich bin verwirrt da geht wieder so viel ab wir haben so viel reingesteckt in dieses spiel so viele missionen pro modus war es eine mission normal nicht auf der wahren oh krass schaut mehr gordig aus der planet als letztes mal antizone deckt eine hülle aus was wo muss ich jetzt hin muss ich wo muss ich hin was ist das oh der den wir bekämpft haben ist im orbit gelandet erstaunlich und er fliegt jetzt einfach dort herum oder was oh ich glaube ich habe einen geißen stich am rücken hurricane eagle da habe ich nur eine waffe da mache ich die walküre mal wieder rein sonst verkaufe ich die wenn die nichts kann mehr ja bb char bb char die farbe ist sehr interessant das haben wir gerade drauf das passt gerade nicht zu eos dann gehen wir von unten an chanka dreck das schaut eigentlich ziemlich gut aus der bruder raser der bigel leite sinkflug ein und dann und dann und dann nichts dauert lange das sinkflug das ist gerade reingeklitscht das ist gerade reingeklitscht der team blau ok wo ist die heute mit der anderen mission ich sehe sie nicht sender alle drohnen drohnen sender die kaserne zerstören ok krone sender 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 ok keine ahnung welche durianerin das war wo florid ist noch gewachsen dass es sowas gibt tut mir leid dass ich sie im ungewissen lasse pathfinder aber dieser planet hat überall augen wir haben aus dem orbit kaum aktivitäten gesehen es gibt sie aber hoffentlich können sie dagegen vorgehen bevor sich etwas schlimmes daraus entwickelt bis bald und die hügel hier augen wie wo ist die toranerin sie ist ja von einem anderen planeten was wer hat mich gesucht ach Gott nein das ist ziemlich viel auf einmal wenigstens hat eos eine nachhaltige bewässerung wir kümmern uns gut um unser neues zuhause das volk dieser unabhängigen nation muss mit uns über wasser verhandeln ja das ist sehr bedauerlich aber sie wollen dass die nexus sie in ruhe lässt heißt das dass wir ihnen auch gegen die architekten nicht helfen dürfen schließlich sind wir alle gemeinsam auf eos niemand sollte wegen idealen sterben müssen wenn so etwas in der nähe von advent passiert müssen wir helfen dann haben diese soldaten wenigstens etwas zu tun ich rede mit bradley darüber wer hätte gedacht dass wir so schnell eine außenpolitik brauchen danke rider irgendwie ist das leben hier gerade noch interessanter geworden ja alle anderen planeten ich muss gehen lassen sie sich nicht unterkriegen ja ja sind noch viel interessanter eos ist der letzte dreck und der erste planeten befinden und der erste planeten befinden da ist der enkel und uriana es gibt so viel zu tun ja natürlich samt qianga ja das habe ich schau dir gleich aus wie alle anderen ja verdammt das stört mich ah was willst du bro es heißt wir hätten neue nachbarn gefunden auf einem wunderschönen paradiesplaneten spielen sie mit dem gedanken an einen umzug nein meine klinik bleibt wo sie ist eos ist mein zuhause und zuhause ist es immer noch am schönsten wollten sie denn irgendetwas von mir dann will ich sie mal nicht weiter stören du wolltest das von mir verdammt warum mache ich smalltalk vom bbwg bradley danke fürs kommen ich wusste sie würden bereit sein ich brauche antworten sie sagten feinde würden sich nähern wir haben soldaten mit einem überfall oder zwei werden wir problemlos fertig aber das hier ist was größeres vier fünf ich wiederhole lager fertig warte auf sender start bei ortung ich wiederhole eins zwei drei was höre ich da bradley ich habe folgende sorge vielleicht waren die überfälle auf uns nur ein ablenkungsmanöver damit jemand im schwarzwels langsam taktisch aufrüsten kann taktisch sie meinen militärisch nein das war eine angaranische stimme er meint rokar deshalb hat er uns gerufen stellen sie sich vor wie die nexus auf einen angriff auf unseren ersten außenposten trotz unserer verteidigungsmaßnahmen reagieren würde diese reaktion wäre genau das was axol will ich bin sicher wir können die sache überprüfen ohne zu viel aufmerksamkeit zu erregen sie sind dafür der richtige ich hoffe dass ich mich irre pathfinder ich wollte diese denkweise eigentlich nicht mit nach andromeda bringen brechen sie zum schwarzfels tent auf ich sende ihnen den nav punkt für das signal okay wo ist mein auto wiii das schiff hat mich fast getroffen hat doch den berg durchgeklitscht nein ich will nicht tratschen mit ruhe da der moment ist schon angefordert gefordert bitte mit links drüben oder nicht irgendwas anderes Kaserne zerstören gehen wir daher hm ich werde von Gelsen verfolgt grad oje mit anzusehen wie einem mehr oder weniger zurückerobert wird ist merkwürdig es ist eine harte welt aber man kann sich an alles gewöhnen man muss es nur versuchen irgendwie mag ich Eos vielleicht leide ich ja am Stockholm Syndrom nobs so früh ausgestiegen hallo Jungs wir nähern uns der Kaserne bleiben sie wachsam wir sollten weniger sein als in der Basis das ist aber kein Grund übermütigt zu werden op schon übermütigt aufmachen wo ist der kleine letzte noch nein flippt nicht mehr und flieg ach ich liebe es ach verdammt forscht das nimmer wo ist der letzte hier ist noch wer flieg ja ja unter mir der chillt da unten einfach über mir verdammt ach der hat keinen Stress der Typ ich denke das war der letzte nicht schlecht echt kleines Entchen gar nicht schlecht das ist ohne Zweifel der schlimmste Spitzname von allen ja ja kleines Entchen ok Bro komplexe warum fällt mir das englische Wort dazu nicht an ich bin ich bin ich bin im Victor dieses ist anders Exoskelett Dextropotein basiert sie haben mir überhaupt keine Fragen gestellt weißt du wie viel Kraft genau erforderlich ist um deine Darmalplatten abzulösen das dachte ich mir gibt es echt keine Möglichkeit ihn nochmal umzulegen ich bin ich bin ich bin ich bin Okay, was sagt Katte? Katte sagt. Ich kriege auch einen Weg. Das Schwarzfeld-Signal kommt und geht. Sie haben zwar das Wetter hingekriegt, aber einen klaren Empfang würde ich das nicht nennen. EOS ist immer noch Grenzgebiet. Erobert, aber nicht gezähmt, wie wir immer sagen. Ich möchte einfach reingehen. Anscheinend hat das ja der Typ drin. Auf mich zu scannen. Danke, Junge Gans. Aber Sie sind wohl kaum so weit gefahren, nur um sich von mir den Arsch küssen zu lassen. Hier, Ihre Belohnung. Freut mich, dass es auf der Nexus doch nicht nur Stümper gibt. Warum nicht? Ich gehe mal davon aus, dass Sie in der Milchstraße kein Kattejäger waren. Nein, ich habe im privaten Sicherheitssektor gearbeitet. Die Bezahlung war gut, aber der Job hat mich gelangweilt. Dann hat mir ein Kumpel von der Initiative erzählt. Und ich dachte mir, das wäre doch ein Wahnsinnsabenteuer. Sind Sie gemeinsam mit Ihrer Familie hier? Scheiße, nein. Meine Mutter ist gestorben, weil ich noch ein Kind war. Und meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Er soll angeblich ein Spitzen-Söldner gewesen sein. Aber alles, was ich von ihm habe, ist sein Name. Sonst nichts. Masani. Ist das eine Referenz? Sie sind nicht mit Bradleys Team nach EOS gekommen? Nein. Ich bin einer von Tans schrecklichen Exzellenten. Ich habe die Nexus nach dem Aufstand verlassen. Seitdem hüpfe ich von Planet zu Planet und jacke Kat. Ich weiß ja nicht, ob irgendjemand die Kat mag. Aber Sie scheinen Sie richtig zu hassen. Was soll ich sagen? Sie sind hässlich. Und ich bin ein Mann der Ästhetik. Aber gut. Wieso haben Sie sich dem Aufstand angeschlossen? Mir hat nicht gepasst, dass Sie Gott gespielt haben, indem Sie darüber entschieden, wer wann geweckt wird. Also habe ich einen auf Mäuterer gemacht und als die Sache schiefgelaufen ist, bin ich meiner eigenen Wege gegangen. Sie wollten nicht bei den anderen Exzellenten bleiben? Ehrlich gesagt sind die meisten Exzellenten Arschlöcher. Und zwar nicht von der liebenswerten Art. Ja, ich kenne es slow ein. Haben Sie irgendeine Idee, warum die Kat so an Eos interessiert sind? Meiner Erfahrung nach gehen Sie überall dorthin, wo es diese komischen Bauwerke gibt. Keine Ahnung warum. Ich habe aufgehört, mir den Kopf über diese verdammten Dinge zu zerbrechen. Es ist besser, Ihnen einfach eine Kugel in den Schädel zu jagen. Passen Sie auf sich auf, Massani. Das habe ich vor. Was auch immer die Kat errichten, wir können es zerstören. Wir werden Eos ein für allemal von den Kat befreien. Ich wollte schon immer einen Stein in diese Kat-Turbinen werfen. Da, die Kat haben ein Lager aufgeschlagen. Hey, Joll. Äh, Joll? Wir sind fast am Schwarzfels-Tand. Das ist definitiv ein Rokar-Signal. Verstanden. Wir halten die Augen auf. Abraut-Zonen wurden Ihrem Nerf-System hinzugefügt, Partfighter. Danke. Okay. Da reicht es was. Bradley hatte recht. Rokar vor Ort. Achten Sie auf Reserven nach dem ersten Angriff. Danke für den Hinweis. Ich fahr sie nieder. Oh. Haha. Huuu. Oh, da ist geparkt. Perfekt. Hey, Bro. Ich seh'n. Perfekt. Du brauchst ja nichts haben, Bisham. Huuu. Irgendwie kann ich die Waffe doch mit Pistole austauschen. Was ist das für ein Ding? Ein Spinner. Perfektes Timing. Oh, er ist in Kommen. Joll, alle ausgeschaltet? Alle ausgeschaltet. Und wir haben immer noch Bradley's Signal. Gut. Dann sehen wir mal nach, was sie beschützt haben. Das macht mir Sorgen. Die Rokars sind keine Piraten. Oh, dann kann ich das gerne. Okay. Und so oder? Dieses Signal kann Landungsschiffe zu einer präzisen Position rufen. Das ist eine Strategie der Rokar. Der Späher platziert den Sender mitten in Kodromos. Und sagt Axel damit exakt, wo er zuschlagen muss. Bradley? Schwarzweld war ein Rokar-Spättrug mit einem Zielsuch-Sender. Scheiße. Zum Glück haben sie dem ein Ende bereitet. Die Aufgabe ist erst zur Hälfte erfüllt. Wir müssen dafür sorgen, dass sie nicht zurückkommen. Ich bin nicht sicher, was sie da verlangen, Pathfinder. Wir können nicht unseren ersten Außenposten aufs Spiel setzen. Genau genommen den dritten. Wir haben die ersten beiden verloren. Versprechen und Beständigkeit. Was haben sie vor? Wir benutzen ihren Sender. Sie wollen ein Ziel. Wir geben ihnen eins. Zu unseren Bedingungen. Anlage 2 hat noch Strom. Sie könnten von dem alten COM-System aussenden. Lockvogeltaktik in Anlage 2. Gehen wir. Klingt gut. Klingt gut. Datenbett. Uh, Spinner. Nehmen wir als Haustier. Willst du mein Haustier sein? Nein. Nein, diese nicht. Was haben wir hier? Die Überreste. Okay. Dann haben wir einen weiten Weg. Verdammt. Oh, in diesem Spiel ist die Karte irgendwo. Anlage 2. Das ist der nächste Punkt. Ich habe doch zwei Haustierer, oder? Eine Ratte. Und einen Pie-Check. Ah, und das ist ja da. Eigentlich könnte man in Anlage 2 und 1 doch wieder einziehen. Die sind doch sauber jetzt. Werden sie vielleicht in der Zukunft linkt und machen. Perfekte Landung. Was haben wir hier? Bitte. Den Felsen überspringen wir. Sam, hast du eine Position für diesen Rokal-Sender? Ja, Pathfinder. Beständigkeit. Versprechen. Sieht mir eher nach Tod und Verhungern aus. Okay. Ich weiß schon mal, wer unser... Navpunkt zum Hochladen von Rokal-Signal markiert. Wenn Sie den Knopf drücken, führt Sie das direkt zu uns. Wir kennen diesen Ort. Sie nicht. Wir liefern Ihnen einen Kampf. Nein. Wollte am Dach parken. Okay, dann halt nicht. Komm, parken wir halt nicht am Dach. Beginne mit Upload des Rokal-Signals. Kommen Sie in unsere Richtung? Die Rokal haben Ihren Kurs geändert. Was? Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um in Deckung zu gehen. Nee, er ist überbewertet. Mensch, ich habe Ihnen gesagt, Sie würden es früh genug herausfinden. Der Sender ist aktiv. Sie konnten unsere Sperren nicht aufhalten. Sie haben es uns abgekauft. Wir warten, bis Sie am Boden sind. Bin bereit und warte. Oh, perfekt. Oh, perfekt. Muss ich nur noch treffen. Oh, er hat mich genau ausgesaugt. Ich glaube, er ist ein bisschen für den Arsch. Wo ist der Snapper hier drin? Oh, mehr kommen zum Spielen. Ah ja. Ich muss die Flanken zuerst mal sichern. Wir widerstand erlarm. Nicht nachlassen. Okay. Das war anscheinend schon zu viel Wasser für meine Rüster. Da kommen wir wieder irgendwo hin. Ja. Oh, ein weiteres Schiff. Runter mit euch. Oh, so geil. Komm schon, Hupf. Hopp, nächste Runde. Die schicken echt viele Leute. Armer Kerl, er hätte fliehen sollen anstatt zu kämpfen. Okay, BB. Wuuuuiiii. Oh, fette Explosion. Zu spät, zu spät. Unser letzter. Die Anteil ist ein Kühler. An diesen Koordinaten sammeln. Sie haben es begriffen. Wo gehen Sie hin? Das kann ich Ihnen sagen. Anlage 1. Wir haben das Energierelais überlastet, um sie anzulotten. Das wird Axel überhaupt nicht gefallen. Versprechen, wir kommen. Oh, was für Idioten. Was für Idioten. Woop. Okay. Oh. 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 Axel, der Pathfinder kommt. Dieser Mutterlose. Alle für Verteidigung bereit machen. Klingt, als würden sie ihre Unterstützung verlieren. So Vaterlos bin ich auf jeden Fall. Bei hier. Oh, meinst! Meinst 쓰는 méstvatvatvatvatvatvatvatvatvatvatvatvatveratvatvatvatvatvatvatvat! oh oh Oh, hey, Bro. Du brauchst nichts. Wir haben es geschafft, Ryder. Pathfighter, Axul Shuttle verlässt den Orbit. Ich werde das nicht vergessen. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Für heute schon. Und beim nächsten Mal werden wir vorbereitet sein. Kommen Sie nach Prodromos, Pathfinder. Wir schulden Ihnen das. Mal wieder. Okay. Wo ist die Karte? Verdammt. Hier. Was haben wir hier? Goddammit. Neugierig. Neugierig. Verzeichne Kryokennung der Initiative. E-97 Durango. Chefingenieurin Grace Ito. Sie war die letzte, die evakuiert wurde. Trotzdem ist sie gegangen. Einige von uns haben es weiter versucht. Was heißt jetzt? Nichts wirklich, oder? Ah, es fühlt sich noch nichts an, als würde ich überhaupt Charles' Nebenmission machen. Ich kann mich mal reißen und ich schau mal, wie lange ich schon drinnen bin. Wird das eine zweiteilige vielleicht? 35 Minuten. Ach, krass. So viel bei Charles zu tun anscheinend. Es wird doch schon verdammt heiß hier. Woop. Come on, Bradley. Da hält er mich. Ja. Ja. Sie kennen den Drill, aber es ist was anderes, wenn es ums eigene Zuhause geht. Vielleicht sollte ich ein paar Worte sagen? Wenn Sie wollen. Ja. Wieder und wieder haben sie sich als kompetent erwiesen. Und auch dieses Mal war keine Ausnahme. Die Infrastruktur, die sie errichtet. Die Fähigkeiten, die sie entwickelt haben. Trotz Widrigkeiten bleiben sie ein Vorbild. Das ist ein Vorbild für den Cluster. Und wann können wir weiterarbeiten? Keine Genehmigung erforderlich oder erwartet. Manchmal verlieren wir, aber wenn sie die Chance haben, weiterzumachen, dann ergreifen sie sie. Heute war kein guter Tag. Heute war kein guter Tag, aber es war ein weiterer Tag. Dank Ihnen. Ihre Leute, Ryder. Ihr habt ja gar nichts gemacht. Ihr habt ja gar nichts gemacht. Ihr habt ja gar nichts gemacht. Das war ja alles ich. Wow. Okay. Perfekt gelandet. Und wieder rein hier. Glaube ich. Vielleicht werden wir sehen. Mal schauen, was passiert. Der Bust. Sind im Steigflug. Sind im Steigflug. Jetzt mache ich hier zwei Teile draus. Das ist Charles' Mission. Im Hintergrund auf dem anderen Laptop ladete ich gerade die Kip-Up-Montage. Die Kip-Up-Fail-Montage. Das braucht wahrscheinlich länger als eine Stunde. Sie haben neue Post im E-Mail-Eingang Ihres Terminals, Pathfinder. Axel. Willst du ein Treffen? Ah, Meetingraum. Okay. Wieder persönlich besprechen. Ganz wichtiger Mann da, Axel. Axel. Axel, Axel. Die VidCon-Kanäle sind bereit, Pathfinder. Und ich bin bereit für den Axel. Joel, ich bin jetzt im Meetingraum. Perfektes Timing, Ryder. Dann spiele ich die Nachricht mal ab. Joel Amadirav. Sie haben schon immer ein kurzsichtiger Narr. Sie helfen einem Fremden anstatt ihrem eigenen Volk. Sie sind es nicht wert, den Namen ihrer Familie zu tragen. Okay. So langsam geht mir der Kerl echt auf die Nerven. Er war schon immer ein Wäscher-Nahm. Ein Wäscher-was? Jemand, der seine eigene Scheiße für Gold hält. Oh. Wir sind nie gut miteinander ausgekommen. Er ist nur neidisch. Und worauf? Sie sind besser als er. Ich sehe auf jeden Fall besser aus. Axel will, dass wir etwas Unüberlegtes tun. Aber diese Genugtuung werden wir ihm nicht geben. Und warten bis Axel-San. Oh, God damn it. So viel warten. Was soll ich in der Zwischenzeit machen? Kannst du uns die Missionen anschauen? Ja, es ist nicht fertig. Verdammt! Ah, da wird zu viel gewartet. Ah, mit Chill im Vortex. Ah, warten. Betra, das mache ich nicht. Das mache ich in der eigenen Folge. So, die kleinen Dinge. Machen wir die kleinen Dinge. Komm schon. Das hängt doch vielleicht irgendwie zusammen. Wahrscheinlich nicht. Edisons Loyalitäts-Mission. Ich denke, da muss ich Katara auch mal fertig machen. Ich weiß, wie viel bei Char abgeht. Und jeder andere hat eigentlich viel weniger. Ich habe von einem weiteren dieser ZK-Tracker angepingt. Versuchen wir nah genug ranzukommen, um ein paar Daten zu erhalten. Wird gemacht. Anomalie geortet. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Das ist er nicht. Aber ich würde sowas von zurückpingern. Ich ping den viel härter. Was gibt es hier? Kupfer. Ach, dann. Ist das CU? Ich weiß es gar nicht mehr. Sonde unterwegs. Vor uns ist einer dieser Tracker. Er scheint aktiv zu sein. Machen wir ein bisschen Vorspiel, damit er bereit ist, dass wir kommen. Vielleicht ein paar gute Wörter. Zu munternd. Munternd. Mutend. Was ist das mit oder ohne Leck, das daraus gefunden? So, wie? So, wie? So, neulisch. Das ist eine lineare, lineare Nebemission. Oder eine vektorianische Fahrradbildschirm. Die Peralienvorkommen in diesem System haben früher die Industrie auf Wolt und darüber hinaus versorgt. Eines Tages ist das vielleicht wieder so. Jetzt werden sie uns versorgen. Anomalie geortet. Sonde gestartet. Empfange Daten vom Asteroidengürtel. Was ist das? Schicke Sonde aus. Ich habe etwas gefunden. Machen wir zuerst das. Wir springen. Ah, schon ein bisschen zerstört aus. Ein bisschen was, was wir verkaufen können. Okay, die kleinen Dinge. Ein Asteroidenfeld. Okay. Okay. Dann ist... Pathfinder. Auf exakt diesen NAV-Punkt haben die Daten der ZK-Tracker hingedeutet. Richtig, Addisons Auftrag. Mal sehen, ob uns das hier bei der Suche nach ihrer verschwundenen Wissenschaftlerin weiterhilft. Verdammt, das Shuttle ist nur ein Relais. Aber ich glaube, wir können uns in ihren Feed einklinken. Moment. Das Signal kommt durch. Wir sind bereit für die Koordinatenübertragung und... Wer zur Hölle? Wir wurden entdeckt. Krab die Verbindung! Sie haben Ausrüstung der Initiative gestohlen. Direktor Addison will sie zurück. Addison? Was hat sie Ihnen erzählt? Halt die Klappe, Harlen. Ist dort Dr. Kennedy? Sind Sie okay? Direktor Addison macht sich Sorgen um Sie und Ihre Tech. Halten Sie sie im Gespräch, Ryder. Signalverfolgung läuft. Ich will nur, dass die Diebstähle aufhören. Die Bewohner dieser Außenposten versuchen, sich ein neues Leben aufzubauen. Ja, ja, das neue Leben in den Außenposten. Zeig es Ihnen, Harlen. Haben die etwa gerade Dr. Kennedys Patientenakte weitergeleitet? Ryder! Sie ist schwanger. Die Frau ist schwanger. Die Frau weiß selbst, in welchem Zustand sie erzelt. Chemische Blocker waren im Kryoschlaf Standard. Wir sollten sie eigentlich erst aufheben, wenn sich die Lage hier stabilisiert hat. Und wann sollte das sein? Alles ist schiefgelaufen und die Nexus hatte keinen Plan. Sie gehören zu Addison? Tja, sie hat sich auf Tens Seite geschlagen. Sie meinte, solange die Lage nicht stabil ist, könnten wir keine weiteren Mäuler stopfen. Aber das hier ist was anderes als abzuwarten, bis man sich ein Haus leisten kann. Hier geht es um unser Überleben. Also bin ich gegangen. Mit genügend Medikamenten, um Harle und mich von den Blockern runterzukriegen. In welchem Monat sind Sie? Dr. Kennedy, in welchem Monat? Im achten. Plus minus ein paar Tage. Wir gehen nicht wieder zurück und Sie kriegen auch meine Technologie nicht. Wir kommen gut ohne Sie, klar. Sagen Sie Addison... Ach, scheiß drauf. Sagen Sie ihr gar nichts. Schalt ab. Sie haben den Kern geflasht. Ich konnte das Signal nicht zurückverfolgen. Addison wird hiervon wissen wollen. Und ich habe ein paar Fragen an Sie. So. Eigensinnig. Und nein, Hauleyser sich zu leisten in 2022, sowas existiert sowieso nicht. Wir werden dann noch vererbt. Mehr gibt es nicht. Selbstsicherheit zu leisten. Ja, muss ich hier rauf. Unmöglich. So kann ich gar nicht rechnen, wie teuer das ist. Direktor Addison, ich habe eine Spur zu Dr. Kennedy und ihren Trackern gefunden. Sie lebt noch? Ja, und sie ist im achten Monat schwanger. Verfluchte Scheiße. Sie wurde nicht von Exilanten entführt. Sie ist gegangen, weil die Nexus keinen Plan hatte. Sie sagte, sie hätten nicht gewollt, dass jemand schwanger wird. Natürlich nicht. Wir hatten keine Welten und wussten, dass wir viele von uns verlieren würden. Ich wollte nicht auch noch Babys sterben sehen. Von all den dummen, unverantwortlichen, egoistischen. Sie war schon immer so. Sogar schon auf der Erde. Sie hat mir diese ganze Sache überhaupt erst eingeredet. Und jetzt? Jetzt müssen wir ihr den Arsch retten. Ah, ich stimme sogar mal zu mit ihr. Ich stimme sogar mal zu mit ihr. Das darf. Sie sagten, Dr. Kennedy hätte Ihnen diese ganze Sache eingeredet. Was meinen Sie damit? Sie ist eine alte Studienfreundin. Wir hatten uns nach längerer Zeit mal wieder getroffen. Und sie erzählte mir von einem Projekt, auf das sie sich vorbereitete. Die Andromeda-Initiative? Ja. Und hätte ich nicht vor einem Jahr Nein zu ihr sagen müssen, wäre sie jetzt auch noch hier. Wann sollten die Verhütungsmittel aufgehoben werden, die allen vor dem Kryoschlaf verabreicht wurden? Schwer zu sagen. Je nach Situation. Sie müssen gewusst haben, dass diese Antwort die Leute frustrieren würde. Natürlich, aber es war die einzige, die wir ihnen geben konnten. Die Alternative wären noch mehr hungrige Mäuler und noch mehr Tote gewesen. Ah, ich stimme zu. Ich stimme zu. Und das ist ein Lösung. Dr. Kennedy scheint Teil einer Gruppe zu sein. Diebstähle hin oder her. Sie ist jedenfalls nicht auf sich allein gestellt. Und wie lange wird das so bleiben? Sie ist die klügste Person, die ich kenne. Handel aber trotzdem viel zu oft, ohne richtig nachzudenken. Ryder, wir haben zwei Reden für das erste Kind in Andromeda vorbereitet. Und glauben Sie mir, Sie wollen diejenige mit dem guten Ende hören. Wir wissen, wie wir sie aufspüren können. Indem wir noch mehr ihrer ZK-Tracker finden. Ich hoffe, Sie können sie rauslocken, indem Sie weitere Außenposten errichten. Vorausgesetzt, sie hat die Protokolle nicht geändert. Sie ist im achten Monat. Da hat sie vermutlich andere Dinge im Kopf. Was für ein verfluchtes Chaos. Sie müssen sie finden, Pathfinder. Das erste menschliche Kind in Andromeda darf nicht einfach verschwinden. Das erste menschliche Kind. Das mit den anderen Spezies. Die Kruganer machen sicher, was sie wollen. Okay. Ich habe hier nicht mal überall Außenposten. Schauen wir mal. Ich muss in Katara noch einen errichten. Dora Hapa. Boah, verdammt. Was mache ich als nächstes dann? Ich müsste fast die Katara-Mission machen. Nein. Die Mädels kommen später. Solarianische Ache. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Das muss man sich hier nach Katara die Party mehr anschauen. Nein. Oh, zu heiß. Oh, verdammt. Ich glaube, dass mein PC überhaupt überlebt. Okay. Das sehe ich sowieso noch gar nichts auf der Karte. Ich schätze, ich mache die Katara-Mission. Als nächstes. Wo war das? Mit Gil. Jill Brody. Jill in Vortex. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Okay, okay. Es ist gerade viel zu heiß hier drin. Heute war ein 36 Grad heißer Tag. Keine Ahnung, warum ich da Masseffekte aufnehme. Sollte schon klar gewesen sein, dass es zu heiß wird. Zum Schluss hat es geregnet. Also dachte ich, es ist sehr, sehr kühler. Okay, rauf auf Katara. Dann schaue ich mal, wie weit wir schon drin sind in der Folge. Oh, da ist gerade was geklitscht. Was ist... Okay. Was auch immer das gerade war. 50 Minuten. Anscheinend mache ich das dann in der nächsten Folge. Ich brauche eine Pause. Ich brauche eine Pause. Mal lüften. Yo. 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 Ich lüfte mal. Peace out hier. Peace out und peace out. Und ja, peace out. Yo. Yo. Ich lüfte mal.